Willkommen zurück zu Sekiro Wir stehen wieder im Hirata anwesend Wir sind Überall Underleveled, undergeared, was auch immer Deswegen werden wir das da jetzt Hallo Okay Warum sind das Unblockable Attacks Oder na Ja, okay, es fängt schon mal super Okay, fast schon Da, ausse, ausse Ausse, danke Nicht an die Kante hängen, danke Wieder schon Habt mich viel gefreut, ja, das ist ein super Start zur Episode Oh Ich bin untrüstlich Untrüstlich und ich hasse dieses Geben So, auf ein neues Kurz Sprungangriff Das ist an der gefährlichsten Gut, dann gehen wir hinten rum Und dann den Samurai HW zu erlezen Kriegst du das Wunderbar Okay Ich hätte gar nicht killen müssen Ich habe noch super Fertigkeiten punkte Löschpuder Aber das ist mir alles wurscht Eigentlich Vielleicht habe ich da drinnen was wir sehen Ich brauche hier etwas Ich brauche hier etwas Ja, danke. Schon gelaufen, ich stehe lege ich drinnen. Ja. Kann ich bestätigen. Auf jeden Fall, ähm. Das ist ja aus. Gehen wir zumindest ein bisschen gut zusammen. Das machen wir jetzt mit Schurken. Gehen wir jetzt! Komm her! Na weh. Was hast du da von... He he it. He it. Ich binores pewien. Was ist der Master? Was? Kannst du das Rude einfach hupfen? Definitiv nicht. Ich bin gekauft und ich bin gekauft. Es ist so dumm. Es ist eben kein Socken. Einfach keinen Socken habe ich. Es ist eben kein Socken. oder warum müssen sie scheiße so lang oder es ist so unfair ich habe keinen socken gegen keine von den zwei gegner von der post poste anzocken es sind drei inzwischen bei dabei es ist nicht mehr nicht mal lustig es ist ja ja super dass ich die volle ist hinzusehen ob es bringt mir noch nichts es es ich es 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 Du kriegst jetzt so viel Geld, oder was? Lendet! Da los bin ich von Händen, Körn. Naah. Oh, da ist ein Wunder. Oh nein, ich kann nicht sagen, ich ging den Arm nicht durch, was ich habe, ja, und kommt jetzt an. Ich habe schon nirgst aus dem Tempel und spaltet in meine Schädel. Ja, ich habe es. Ich habe es. Ja, kein Hebel mehr. Ich konnte nun versuchen, Autos zu retten, aber wie wir wissen... Ja, ja. Wie wir wissen, bringt das nichts. Ich möchte einfach hinten durch, aber ich kann nicht durch, solange der dreckige Lanzen-Sperrträger da noch ist. Katze, passiert nichts. Oh, Schlange? Das geht weiter. Lachen. Wir haben doch noch einen Weg. Oh, aber da kommen wir nicht rumme. Ja, da ist... Ich kann einfach... Gar nichts. Nein, da ist einfach gar nichts. Jetzt habe ich glaubt, ich habe einen Weg gefunden. Ähm, alles... Boah, das ist schon zu viel, dass ich das gefunden habe, hä? Oh... 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 Ja... Oh... 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 Oh! Oh... Ja, da drinnen ist eine Statue, ich müsstet nichtربeln. Draht dich um Moyenn und drht dich um. Das Problem ist, ich darf jetzt nicht weg, ne? Das ist... Oh. Ich bin jetzt nicht weg. Ich bin jetzt nicht weg. Ich bin jetzt weg. Gut, dann die besten Chancen jetzt. Hau mal nötig, ich hab keinen Heal mehr. I'm kidding me. Ich stehe da mal zu. Ich stehe da mal zu, ich stehe da mal zu, ich stehe da mal zu. Ich stehe da mal zu. Zick, eine halbe Sekunde, ich hätte nur einen gehabt. Ich hätte nur einen gehabt, Alter. Das ist doch nicht normal. Du kannst ja nicht parieren. Du kannst nichts. Keine Ahnung, was das göttliche Hilfe bedeuten soll. Das Schlimmste ist, ich habe keinen Heal mehr gehabt. Das Schlimmste ist, ich habe einfach null Heal umgehabt. Ich kriege nur Öl und sonst nichts. Ich muss mir nur schnell den kaufen, ähm, Gästeinblebe. Sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Gut. Boys. Ich habe mir das Spiel echt ein wenig... ...einfacher vorgestellt als süß. Wird da gesoldet, ist nicht so. Schwer. Muss man leider sagen. ... Komm her! Komm her! Komm her! Gut, wir brauchen den von hinten, Angrifter. Wir brauchen den. Ich schaff's sonst nicht. Das kannst du knicken. Ich schaff's. Nein, nein, nein! Nicht wen in die Handbremse. Geht das nicht aus. Egentum, ja, leider. er hat mich aber da der eine ist so aber da gibt es ja 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 Okay, ich kann die Roten auch erwähnen. Ich glaube, das ist un-dodge, also un-parierbar. Ah, vielleicht ist es nicht verteidigbar, aber parierbar. Okay, ich habe es glaube ich verstanden. Das macht aber dann viel einfacher. Das macht aber dann viel einfacher. Erste GBZ-Kette. Das ist schon viel mehr. Okay, das ist schon mal super jetzt. Wir haben drei Level, by the way. Das heißt... Flugkampfkunst war vielleicht was Gutes, weil ich springe gern. RB und L bin in der Luft. Okay. Übersprung. Schattensturm. Okay. Alles klar, wir haben nur zehn Minuten Zeit. Gott sei Dank haben wir noch weniger Zeit. Äh, ja. Das heißt, wir haben jetzt mehr P. Das hilft uns. Wir werden dann durch. Das ist einfach weiter. Das ist einfach weiter. Ist hier auch ein Nüsse, oder? Aber was so ein Diss... Ah, hier bin ich nicht... Nein, zuerst schön. Ich glaube, nach der Episode werde ich zwischendurch einmal schnell alle Dinge machen, alle... Ähm, bevor es nicht rein, wie es heißt. Bei dem Bildhaut oder das... Das Tutorial, weil ich glaube, das sind unparryable und ich habe es geparriert und deswegen ist es gestorben. Es ist ein bisschen wunderschön, ehrlich gesagt. In dem Motto kann ich auf. Ah, ich sehe auch. Was er denn, wo es war? Wo? Wo konntest du... Da oben... Was ist der stage? yarn Sky ok da oben ist was zum noten und da komme ich auch leicht auf hier dafür bin ich zurückgegangen, wirklich dafür bin ich zurück naja hier 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 das zeichen hast du ganz greifen ich war mir nicht ganz sicher oh nooo oh ein dicker hier können wir irgendwas tun den dicken der dicke an sich wäre mir ja egal es ist nicht dein ernst oh man, das hört sich wie Oleg sing ok ok der dicke hier Das war's für heute. Wir haben immer noch unser Leben. Oh no. What are you here? Ja, komm her. Klopf drauf. Kommt drauf. Na da bin ich gespannt. Das ist passiert. Eine Handvoll Asche. Bringen wir das was? Das möchte ich wissen. Da drinnen ist garantiert der Boss. Ob er monetiert, wann dann? Ja, I can guarantee that's a boss. Oh, na, ich kann mir dann quatschen. Chichi Ue. Ich habe mich hier endlich eingehüllt. Kümmer dich nicht um meine Wunde. Es hat keinen Zweck. Dafür ist es zu spät. Wolf, du musst das hier nehmen. Da steckt der Tempelschlüssel. Ein Geschenk vom Uhu. Okay. Er ist der Uhu, ich bin der Wolf. Okay. Er befindet sich ganz hinten im Jahrhauterhandwesen. Okay. Ja. So, ich bin der Wolf. Ja. Ich bin der Wolf. Hermann, ich bin der duger. Hi! Geh, ich bin derㅋ Nabirth 74-0. Okay, wir können ja nicht die Türen nehmen. Ganz offensichtlich, wir können ja nicht die Türen nehmen. Okay. Nein. Ach so. Das ist mir. Ich bin von dem oben oben gekommen, ich glaube, da oben ist nichts mehr. Ja. Das passt, da ist es. Ist das Rhym oder irgendwas? Das ist nochmals zugegen. Ah, ah, ein Ding übersprungen. Okay. Okay. Das ist die Hauptdäne killen müssen irgendwie. Ja. Oh. Okay. Ähm. Warte mal. Okay. Okay. Warum sind die alle respawned? Ich habe doch kein Ding gehabt, oder? Oh. 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 Ah, doch. Da ist wirklich eine Hübrige. Passt schon. Alles klar. Also haben wir endlich Progress gehabt. Gott sei Dank. Wir haben endlich Progress gehabt und nachdem wir jetzt wissen, dass wir in der Festung den, äh, das machen wir in diesem Video auch noch, komm. Wer wird denn das, dass ich das blocken kann? Wir haben auch ein Level gekriegt, naja, das verleben wir jetzt gleich wieder. Na dann, wir probieren es gleich nur mehr und nachdem ist das Video einfach garantiert aus. Oh, Trem, oh, Trem! Oh, Trem! Oh, Trem! Oh, Trem! Oh, Trem! Oh, Trem! Machen wir das was. Machen wir das was. Nicht so schlimm. immer wiederNI Oh, Trem! Oh, Trem! Geht! Komm her. Komm her. eine erinnerung an den kampf gegen eine starke gegend dafür immer im geist des wolfs weiterlebt indem man sich der innerung beim besucher eine figur das bild haus stellt wir können schon auf ok meine freunde wir haben dann geschafft wir haben zwei busse erleicht ich weiß nicht nein ich glaube noch ein laufbrett verbessern reisen ja danke reflektion der kraft ja ok 1000 xp wir können da jetzt runter kannst du mir jetzt sagen was die dinge brauchen die samurai oh no wo er denn da noch nie da ist nix doch da ist ja Eine Aufergabe, genau. Ich verkaufe gestern, die man ver... Ein Tropfen Drachenblut. Erhöht die Auferstehungsmacht leicht. 500 ist ein schwerer Geldbeutel. Das ist gut. Gut zu wissen. 1000 Goldkürbissamen. Merken wir uns. 1000 Goldkürbissamen. Wir konnten uns gleich anholen. Da können wir jetzt aufmachen, oder? Wo sind wir? Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Werden wir auch? Ich kann es mit dir dringen, Mistra. Okay. Oh, Tango! Das nennt mich schon. Oh. Tengu von Ashina. Das kann ich auch nicht sagen. Entschuldigung. Okay, Ashina. Das ist... Okay, meine Freunde. Ich weiss genau, wo der ist. Was schaffe ich nicht, dass er bewegt? Wo war der nicht direkt da? Okay. Fertlut. Eine Gebetsperle. Irgendwie. Ich mag das. Sonst noch was? Ich denke so. Eine random Gebetsperle gefunden. Geil. Und eine Erinnerung. Alles klar. Ich hab gekauft. Wir finden da... Irgendwo ein Ausgang, aber... Achso, da. Ja, wunderbar. Genau das brauche ich da. 40 Minuten. Ähm, die Route können wir noch killen, weil ich weiß nicht genau, was ist. Und zwar... Und zwar... Die müssen da sein, oder irgendwo war das? Und... Ich glaub, die ist sogar da. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Na, glaub ich nicht. Naja. Machen wir das nur in der Person... In 5 Minuten schaue ich das. Komm. Dann können wir das Spielbohaus... Menü freigeschalten. Ja, ja. Refektion der Kraft. Okay. Muss ich das machen, damit ich... Erneut erleben. Okay, na. Gut. Ich hab zwei Angriffskraft. Also quasi meine Angriffskraft wäre doppelt, meine Freunde. Ähm... Wir kaufen uns aber noch was. Übersprung aber nicht, sondern... Ach, Schwalbenhieb. Was? Intensität erhöht die Heilwirkung von... Ich brauch vier. Auf das... Ich werd sogar extra farmen gehen dafür. Ich sag's euch. Das ist mir so wichtig, dass ich das extra farmen werde. Wir brauchen 1.000 Gurt. Gehen wir sonst. Ähm... Reisen... Äh... Ein schöner um Land. Es muss da sein. Er hat mir ja eh ein Ding gegeben. Ich kann das ja lesen. 1.400. 2.400. Wenn ich nur 600 hätte... Dann... Uh... Ja, man sieht's nicht. Aber... Naja... Wer rastet, der rastet. Das Ding rasten wir jetzt? Aus? Drei Minuten haben wir noch? Wir kriegen das hin. Komm. Wir haben mehr Attack Power. Wenn nicht jetzt... Wann dann? Wenn nicht jetzt... Wir klären da schnell alles. Jetzt... Er guckt ohne Probleme. Alas... Das geht nicht immer ohne. So... Wo ist der Fette? Da ist er. Da ist er. Jetzt zum zum herren. Ist der doch nicht da, oder was? Ich war mal fast sicher, dass der da ist. Schade. Naja... Reisen... Aschen um Land... Muss da oben sein. Muss da oben sein. Muss da oben sein. Wir schaffen das noch. Weiter, den hab ich doch so oft gekillt und mir ist er auch aufgefallen. Ist er da oben drin? Oh, das ist jetzt zu meiniges Licht. Da oben stelle. So, das ist ja die Rate, oder? Gut. Okay. 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 Ja, wenn man versteht, wie der Bosskampf funktioniert, dann ist das Gefühl einfacher. Sonst gehen wir nochmal zurück zu dem Harvey und dann beenden wir diese Episode. Oder ich wollte nicht rasten, mein Freund. Wollte ich auch nicht reisen. In der Festung. Weil jetzt konnte er einfach durch die Tiere durch. Ja, genau. LBRS hat einen Sprintspur. Ah ja. Das schmeckt zumindest ein bissl auch gut. Wenn ich den Ballon platzen lasse, das bringt mir 30 Gold pro Gegner dann. Habe ich es jetzt? Habe ich es gefunden? Der sagt mir das auch mal. Der sagt mir das auch mal und wir sollen dann wissen wo er ist. Oh, der Vater. Ja, ich schauen wir es dann einfach im Dinger im Recording. Dafür nehmen wir ja auf. Okay? Okay. Alles klar. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Lass uns mal gerne ein Like, wenn es euch daugt hat. Lass uns mal ein Sub zu unseren nächsten Video einschalten. Wo jetzt zum Double the Variety Channel jeden Tag sehe ich so wieder sieben live streamen. Und dann nur ein englisches Video für euch zum Ausschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Episode. Für euch.